Also Marissa, bevor ich mich mit dem Komitee bei Adams treffe, damit Sie sich's vielleicht anders überlegen, dachte ich, es wär ganz nett, wenn wir uns zusammensetzen, Süßigkeiten futtern und über die Schule reden. Okay. Was ist dein Lieblingsunterricht? Also, ich hab alle Fächer gern, aber ich denke Kunst, Zeichnen und Malen und so weiter. Als ich in der vierten Klasse war, da weiß ich noch, dass ich mal ein Pferd zeichnen sollte. Und das fand ich wahnsinnig schwer. Ich mag Renni-Margrit. Und was gefällt dir so an Margrit? Wie er die Sachen zusammenstellt. So ungewöhnlich. Es gibt auch andere schöne Gemälde, aber über die muss man nachdenken. Man fragt sich, wieso die Dinge so sind. Auf einem Bild hat er eine Pfeife gemalt und darunter steht... Das ist keine Pfeife. Das steht auf Französisch, da ich hab's übersetzt. Sissi, Nippa, ein Piep. Richtig. Gehört auch zu meinen Lieblingsbildern. Es hat mich auf eine Idee gebracht. Marissa, das ist fabelhaft. Danke. Man sagt zum Mädchen immer, sie sollen lächeln. Aber keiner sagt das zu Jungs. Lächeln wird überschätzt, wenn du mich fragst. Wie du hier siehst. Wie geht es?